Wir können diesen Streit beilegen, ohne weiteres Blut vergießen. Bitte, ich bitte Sie, tun Sie es für Ihr Volk. Hervorragend gelöst! Exekutieren Sie sie! Sir, ich versprach ihr eine friedliche... Sie vielleicht, ich nicht! Jetzt exekutieren Sie sie! So viel zum Frieden. Ich gab Ihnen einen Befehl! Befolgen Sie ihn oder tragen Sie die Folgen Ihres Ungehorsam... ... Untertitelung des ZDF, 2020